hallo hallo so bester anmoderation der welt und zwar wir sind zurück nach einem mega erfolgreichen stream mehr nicht der stream war echt voll cool und ja wie ihr bereits seht sind wir hier am schlüssel mit euch euch unsere community und ich muss euch gleich unbedingt was zeigen und zwar habe ich gerade richtig viel in den arsch geschoben bekommen deswegen gehen ganz liebe grüße raus an laura wie heißt er sogar mit ok ja dankeschön vielen 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 dank vielen dank für deine unterstützung auf jeden fall ohne spaß eigentlich haben wir sehr so in den ersten folgen so gesagt nein wir nehmen nichts an vielen dank dafür bohr alter leute ich kann jetzt ein stage 5 oder stage 6 dt machen richtig übertrieben geil und wir machen jetzt gleich die 160er tp quest aber wie ihr seht falls ihr nicht im live stream dabei war beziehungsweise falls ihr die letzten folgen nicht gesehen habt beziehungsweise falls ihr die letzten folgen seht keine ahnung ich war ja ganz kurz und jetzt bin nichts nicht mehr weil seien wir ehrlich mörke scheiße so ich muss da jetzt noch einmal ganz kurz zurück um noch mal zu dingsen noch mal zu dingsen und laura ist auch wieder dabei hallo ich habe heute den ganzen tag eigentlich nichts gegessen und dann vorhin war ich noch so kurz bei penny hat mir ein bisschen was geholt und ich sagte was meinst du wie gut das tat endlich was zwischen die zähne zu bekommen man ich habe mich echt verhungert und gefühlt aber mensch ich habe dann gegessen zwei toasts mit salami ohne butter natürlich und er ist ja okay ich mache ja schon erzählt doch mal erzählt doch mal alle euer leben wie sagt meine großmutter immer nimm dir zeit und nicht das leben ist sehr weise sehr weise zu viele weise sprüche die russi die mein dt hat die hatten die hat warte das ist die war war was die russi die hat einfach mal 3k mehr armor die plus 23 russi du solltest gelb einladen die 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 es jetzt gegeben haben oder zumindest den hat er hat doch gesagt er ladet nicht mit also ok ich bin ich verlesen wahrscheinlich keine ahnung so ich werde eigentlich so wild ich will immer man ich will meines lebens ich will meine homebase und kauft ihr eine wende guck der erste schon offline ist der schon kein bock auf dich ja sonst habe ich jetzt aus dem jeti ach ich habe ja die fiecher noch gar nicht dabei ich habe die noch gar nicht im dings ja ich dachte ich wäre cool Nee. Ich mein, außer vernünftige Pits und so wär jetzt ja eh nicht mehr viel gewesen, ne? Ja, stimmt schon. Der Rest hat halt einfach nicht. Es sind hier Magierklassen und Pitklassen. Was sind die? Würde ich jetzt behaupten. Magierklassen und Pitklassen sind hier auf dem Server eher. Denk ich auch. Ja. Wobei, bei Pitklassen hat es tatsächlich nur ein B, wegen dem Skill. Sind die anderen echt so nutzlos? Ja, die anderen haben nicht diese Passive. Ja, aber wir können es ja noch ausprobieren, ne? Wir haben ja noch genügend Zeit für alles. So zwei, drei Folgen machen wir ja bestimmt noch. Na klar. So, jetzt muss ich ganz kurz an mein WH. Hier seht ihr schon, ich hab gefühlt eine Milliarde Sachen bekommen. Also die. Äh, die für den anderen DT. Die für den DT. Erstmal ohne Spaß. Ich glaube, ich nehm den fucking Longbowl, Laura. Ich mach das. Du willst. Dann nehm dann zwei Statsch, zwei Minus. Anstatt des Yetis und des Orks. Mhm. So, jetzt hab ich nämlich auch minus 31.4. Ich brauch aber noch Pfeile, ne? Mhm. Mhm. Ich schreib jetzt den Marvin trödelt. Du meinst den Wood Queer. Der trödelt schon wieder. Lass, Löff, lauf doch nicht weg. Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. So, er will mir noch was geben, weil er meinte, das Beste kommt immer zum Schluss. Jetzt kommt's. Leute, was bekommen wir noch in den Arsch geschoben? Jetzt bin ich gespannt. Was hat er dir gegeben? Was hat er dir gegeben? Keine plus 25 CTC. Was? Zu geil, was ist bei dir los? Woher hast du die ganzen Schrottel? Jetzt mal seriously, was geht denn mit dir? Ey! Ich sag immer, äh, ne, ne. Ja. Ja, ne. Sag mal, wenn du bist, meine Themenschlampe. Ja, ich glaub's auch. Ja, musst du noch ne plus 25 CTC? Absahnen. Also, er schreibt, wollte ich lieber löschen, aber da gebe ich sie lieber dir. Ey, ohne Spaß, dieser Typ, Mitsugaya, Alter, ich liebe dich. Oh, wer hat mich dann da jetzt geerdet? Oh, wer hat mich dann da jetzt geerdet? Itachi hat mich geerdet, Laura. Itachi. Itachi Ushia. Ja. So, dann hat er den Ring, dann hat er das Artefakt. Dann kriegt er die Rüste. Plus natürlich seinen Stab. Ich kann leider abholen, doch ich kann federn. Äh. Äh, was fehlt denn noch? Ähm. Mir fehlen jetzt nur noch Buffs. Nur noch Buffs, dann kannst du rausgehen. Dann federe ich dich. Dann sag bescheuert, hol dich schnell Buffs. Laura, ich muss... Achso, ich wurde schon von Regers halt. Schosen und Verdecken. Noch schnell Buffs, dann geht's los. Äh, dann einmal Dänger. Dann kann ich den Schale Recon. Boah, Leute. Ich sag euch. Plus 25 CTC, ich feile nichts mehr. Erstmal ohne Spaß, wenn da noch was fehlt. Dann ist das Server scheiße, dann quitten wir sofort. Ich komm da nicht immer weg, sorry, aber... Mach jetzt hier nö. Ja, bin noch dabei, chill doch mal. Sag bescheid. Ja, ich bin grad HV. Kommst du jetzt her? Ich schnauze. Ich hab gesagt, du sollst jetzt herkommen. Hey, Small, du kannst dich nicht buffen. Und jetzt? Boah, haben wir schon wieder irgendwelche Buffs? Denk ich nö, nö, nö. Okay, gut. So, dann krieg ich Chips. Wollt noch zum anderen. Dann krieg ich DT Nr. Uno Chips. Dann krieg ich DT Nr. Uno Chips. Dann krieg ich DT Nr. Uno Chips. Aber, Alter, du musst nicht mehr. Du dich auch nicht mehr. Tuck einfach. Entschuldigung. Du hörst mich mal raus. Ja, du kannst dich merken. Irgendwann noch mal. Und, du kannst dich auch auf den Kopf. Dann... Und. Und die erste Folge, weißt du, das ist die erste Folge, wo es mal nicht an mir liegt, wo du rumtrödelt. Als Abs. Liegt das sonst immer an dir? Na wohl, nee, nicht immer. Aber oft. Du bist ja auch kacke. 60, 40. So. Laura? Ja? Noch nicht. Ich brauche noch die. Jetzt darfst du. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay. Ich bin ready! Ob du es glaubst oder nicht? Ich bin ready! Du bist auf den Treff warten. Oder Treff. Oder T-R-E-F. Oder T-R-E-F. Alter, eine echte Party! Und das auf dem P-Server, Alter. Nicht quatzt. Ich habe was vergessen. Ich muss noch ganz schnell in die Stadt. Ganz schnell. Noch kannst, ja. Weil ich wollte jetzt noch... Ich wollte meine Hero-Hector-Karte benutzen. Die gibt plus 15% Peer-Tech. Habe ich zwei von. Wow. Wenn du möchtest. Wow, ja. Welche Karte? Hero-Hector. Also Grandmaster-Hector. Nee, M-Attack plus 15%. Ich habe eine mit M-Attack und eine mit P-Attack. Fehler. Willst du? Mit P-Attack? Gerne. Nee, mit M-Attack. Absorbs... Nee, mit M-Attack. Hä? Nee, da brauche ich nicht, danke. Absorbs 5% of Damage SHP with Physical Attacks. Ist geil, ne? Ist geil. Alter, die ist richtig geil. Ich habe jetzt minus 26.000 plus 12.000 Peer-Tech. Ich würde jetzt noch mal kurz gucken, ob ich das tatsächlich mit dem Köcher hinhaut. Ja, tut das. Boom. Easy. Boah, ich glaube, ich bin jetzt OP. Warte mal. Marvin und mir fehlt nur noch der von P-P, ne? P-P und... P-P und Circus. Circus, genau. Also gut, ich habe ja schon immer PP, aber tut der der Sache. Ist ja eigentlich egal. Hä, wo sind die denn jetzt alle hin? Sind die vielleicht schon da? Oder sind die schon drin, ja. Uh, Leute, erste Community-Folge. Ich liebe euch. Sehr cool. Wieso laufen die denn durch? Hä, wollen wir nicht nur die Turbils machen? Äh, wie jetzt Hulk tanken? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich gehe davon aus. Dann sind alle hier? Außer der Treffer. Dann lass mal auf den Treffer, oder nicht? Wir können ja schon mal anfangen, ey, weil wir müssen die ja eh öfters klatschen. Hat schon jemand activated, weißt du das? Ne. Soll ich einfach mal machen? Ja, mach mal den ersten. Heiler, macht euch bereit. Ey, nicht mehr. Nein, einer, kommt ja. Hielt jemand? Soviel dazu. Ich war noch nicht da, Hase. Haben wir echt nur einen Heiler? Und es leckt bei mir extrem. Ach, Mann ey. Warum finde ich denn Insta-Arcrow? Weil wir zwei haben. Alter. Einer. Leute. Einer. 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 Fasepawn. Wird gut, ey. Ja, keine Ahnung. Einer sollte aktiviten. Einer. Nicht alle. Soviel zu einer. Haben wir jetzt einen? Halk tankt, ne? Du musst sagen, wann, ne? Weil eben war ein anderer, der tankt hat. Ja, 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 ja. Es leckt nur extrem bei mir. Das geht auf Dauer echt nicht gut. Also Halk tankt. Healt alle, Halk. Ich überlege gerade, ob ich reinschreibe, dass die CMs ihren, die Kacke da sein lassen sollen. Also was heißt die Kacke, aber... Ja, das macht aber mit am meisten Schaden. Ja, das ist das Problem dabei. Ich meine, noch geht's, ja, wenn ich hier heilen kann, so. Fällt der wenigstens halt? Halt und fokussieren. Was, wer fällt? Ja, das Vieh fällt schnell. Okay. Halk, 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 halk. Ich hoffe, die achten da so ein bisschen mit drauf. Also Leute, wie gesagt... Das Problem ist für mich, bei mir, ist total verzögert. Alles gut. Ich hoffe, die anderen heilen so ein bisschen mit. Na ganz ehrlich, dann skille ich jetzt noch den hier. Der heilt dann auch noch mal. Es ist nur witzig, dass ich den sonst ohne Lex quasi alleine hochheilen könnte. Und hier geht's gerade nicht. Der erste ist fertig. Dann next. Bei mir steht der noch. Der hatte eben noch, als du gesagt hast, das ist fertig, ich hatte den noch 3%. Halk heilen. Ne, Fluffy heilen. Halk heilen. Ich stehe ganz hinten irgendwo und äh... Das ist scheiße. Ich kann nur hoffen, dass die dann halt mithielen. Ja. Gut, also wenn wir... Wenn du das Special machen solltest, ähm... Ohne mich. Was, warum? Ne, es hat keinen Sinn. Ich hab Verzögerung von 3 Sekunden. Ach du Käke. Also, ne, reicht nicht. Dann ist das hier unser Special. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich drück jetzt einfach witzig hier rum, weil es macht eh keinen Unterschied irgendwie. Versuch mal einfach halb zu healen. Heal ich wenigstens für dich? Also, siehst du mich irgendwie in Aktion, oder? Ich sehe die ganze Zeit Restoring Purified Water. Ja gut, das kann auch der andere Morbus sein, das weiß ich jetzt nicht. Alter, plus 25 CTC, Laura. Du glaubst mir das gar nicht, oder? Doch, okay. Weil der hatte vorhin den Shop auch mit 999 Milliarden dafür. Oh, jetzt wird ein bisschen weniger Verzögerung. Das ist gut. Obwohl, warte. Ich hab jetzt mal gedrückt. Ah, 5 Sekunden. 5 bis 10 Sekunden. Scheiße. Ich überlege, ob ich dann versuche, Damage zu machen. Ne, Mann. Wir brauchen ja Heal. Ja, aber ich heal ja kaum quasi. Ich drück zwar lustig rum, aber es kommt ja kaum was. Tja, dafür ist echt ein Laptop nicht mehr ausgemacht. Wenn man jetzt überlegt, der ist gerade mal zweieinhalb Jahre alt. Und ich spiele, glaube ich. Aber was ich so ein bisschen krass finde, ist, Hulk tankt gegen alle an. Ne, wenn keiner, ob kein anderer dabei ist, der irgendwie... ...wattert. Ja, aber was sollte denn Akko ziehen im Normalfall? Ja, der, der, ne, hier, der Bersi. Na gut, stimmt, der Bersi könnte. Achso, ich kann ja mal das Donations-Fenster, kann ich ja mal bei der normalen Aufnahme rausnehmen, ne? Findest du ja, macht eh keinen Sinn. Eben. Healt Hulk, Leute, healt Hulk. Das, was ich probiere jetzt anzugreifen. Healt Hulk, Leute, healt Hulk. Gute Leute, gute Leute, sehr gute Leute. Okay, es macht keinen Sinn. Immer schön Hulk hielen. Ihr macht das schon. Das ist eigentlich eine Aufnahme, ich glaube, die ist schon mega lang, war. Ja, 20 Minuten gerade. Oh, doch, also. Deswegen, ich würde sagen, der Boss noch und dann, ja. Ich kann leider nichts machen, ich sehe zwar jetzt ziemlich down, aber... Alles gut, du sollst nur auf Hulk durchspammen. Hier sind so viele grüne Zahlen, das ist heftig. Ja, das ist ja von, von meinem Healing-Gast. Vielleicht, naja, es macht keinen Unterschied, ob ich den entwicklerse oder nicht, ist egal. Jetzt kam erst deine Nachricht. So, Mädels, Folge vorbei. Sehen wir uns in der nächsten. Bis dann, ciao. Ist er schon tot? Ja. Er hat bei mir 30 Prozent. Tschüss, Laura. Tschüss. Tschüss. Tschüss.